Ich heiße Marlene Mortler und arbeite für die CSU Europa-Gruppe im Europäischen Parlament. Ich wohne auf dem Land in einem kleinen Dorf mit 250 Einwohnern, einer Kirche, einem Gasthaus und einem tollen Theater. Und ich habe das Glück auf einem Bauernhof zu wohnen, zusammen mit meiner großen Familie. Das heißt, ich koche wieder viel mehr für alle. Manchmal kocht meine Familie auch für mich. Es ist wunderschön, nur um die Ecke im Dorfladen einzukaufen. Ich bin dort Genossin und ich genieße jeden Tag. Und außerdem gibt es dann noch den Kater Willi und den Kater Bobby. Das heißt, wir versuchen wirklich das Beste aus unserer Situation zu machen. Und bei dem Sonnenschein im Moment geht das alles noch viel einfacher. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020